ready seid ihr ready ich bin nämlich ready und ich weiß auch dass ich mega frustriert sein werde und ausrasten werde ich freue mich drauf ja auch das spiel heißt getting over it du hast ein hammer du hast die maus und du musst moment moment okay ja das ist das problem in diesem spiel gibt es keine ja das ist das problem in diesem spiel gibt es keine check-pointer nein alles gut alles gut homie alles gut alter ich muss das ist echt frustrierend muss ich sagen ok 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 jetzt pass auf ich hebe mich da so ach man ok 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 nein ah 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 oh man wie Warum hat er Wasser im Kessel? Ich sehe es schon. Komm, das wird ein richtig lustiger Abend. Wie komisch. Okay. Oh. Hold on. What? Okay. Bitte. Ah, nein. Scheiße. Oh, fast. Nein, immer. Wir schaffen das jetzt, okay? Okay? Alter! Ich war doch oben. Okay. 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 Nein. Nein. Wieso? 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 Oh. Oh. Ja. Ja. Nein. Warum? 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 Okay. Vielleicht habe ich doch eine Idee. Oh. Nein. Bitte. Ich gehe. Okay. Nein. Nein. F**k ja! Okay, es ist okay. Es ist alles gut. Ich meine, immerhin habe ich jetzt den Dreh raus, Leute. Wisst ihr? Es ist auf jeden Fall schon ein... Okay, okay. Ein Anfang. Vielleicht, wenn ich mich da hochschleudere... Jürgen... Ich glaube, wir machen hier Ender mit diesem Spiel. Dankeschön fürs Zuschauen.